Jo Leute und willkommen zur 18. Episode des CSGO Adventskalenders. Heute gehen wieder vier Preise an euch raus. Und zwar ist der erste Preis ein Community-Preis, sprich ein Preis von euch, was mir der liebe Joe02 geoffert hat. Vielen Dank an dich. Und zwar wäre das einmal also wieder ein Bundle von der SCAR20 Sandmash, die Dual Barrettas Colony, die UMP-45 Gunsmoke, die 5-7 Orange Peel und die M4-4 Urban Didi-Pad. Diese 5 Skins, diesmal der erste Preis. Dann habe ich von gestern, also die Community-Preise von der kleine Stone, was ich gestern rausgegangen sind, habe ich dann noch einen Skin übersehen, beziehungsweise vergessen. Den lege ich heute nochmal nach, also das wäre dann der zweite Preis für heute. Und zwar wäre das die Peter Fifty Handgun ins Deadstrike. Ich würde, also ich vergesse habe zu sagen, die Profile von den zwei werde ich in die Beschreibung verlinken. Das ist der erste Preis, das Bundle ist von Joe02, das ist der zweite Link dann. Und der dritte Preis ist die Peter Fifty Handgun, was ich gestern vergessen habe, von der kleine Stone. Den werde ich ebenfalls nochmal in der Beschreibung verlinken. Und zwar ist das dann der dritte Link von oben. So, dann vierter Preis. Ist etwas weit dahinten. Ich glaube, da war er auch schon. Genau. Der vierte Preis ist diese 5-7 Ballplay. Und wie gesagt, der vierte Preis. Der dritte Preis. Das war der dritte Preis. Der vierte Preis kommt jetzt. Der vierte Preis ist die M4-4 Desert Strike. Für all die Leute, die heute das erste Mal zum CS-Godwinskalender von mir einschalten und sich denken, ey Mann, ich will da auch mitmachen. Erster Link der Videobeschreibung. Da kommt ihr zu einem Video, in dem ich erkläre, wie ihr teilnehmen könnt und was es zu gewinnen gibt. Und ihr müsst halt dann... Ne, schreibt euch einfach das Video. Beziehungsweise die ersten zwei Minuten oder sowas, da erkläre ich euch das. Aber ich empfehle es euch, dass ihr euch das ganze Video anschaut. Weil, dann nehmt ihr auch sicher teil und seid nicht so wie andere Leute und kommentiert dann unter dem falschen Video. Aber egal. Seht euch einfach das Video ganz an und dann sollte da keine Probleme sein. Gut, dann will ich auch gleich mal die Gewinner ziehen. Und die Gewinner von gestern setzen ja heute natürlich wieder aus. Und sind somit erst morgen wieder dabei. Der erste Preis war das Bundle von Joe02. Und zwar... Genau, ja. Lass einfach mal ziehen. Ich bin hier mit Spike. Sorry, mate. Aber du warst einer von den gestrigen Gewinnern. Du setzt heute aus. Somit gibt es einen Reroll. Chris. Der war ebenfalls auch gestern dabei. Nächster Reroll. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele Rerolls werden, weil ich habe jetzt 15 Mal vorbereitet, dass ich den einen Gewinner ziehen kann. Ich hoffe, das geht sich raus mit 15 Mal. Joe02. Der Wacki ist dann ebenfalls dabei. Und außerdem will er jetzt wieder selber seine Skins gewinnen. Ein Traderino E-Manus ist jetzt aber auch eben gestern dabei. 24 Stunden Gamer LP. Der war gestern nicht dabei. So, Mitski, wenn du das Bundle von heute... ...krieg mal an dich. So, der zweite Preis war dann die P250 Static Handgun. Von der kleinen Stone. Den, was ich eben gestern vergessen habe. Der geht raus an TNT Gamer HD. Der war gestern ebenfalls nicht dabei. Somit gewinnst du die Handgun. GZ an dich, mate. Der dritte Preis war die 5-7 Fallplay. Die geht raus an den SGLP. Der war gestern auch nicht dabei. Somit Glückwunsch an dich. Und der vierte Preis war dann die M4. 4 Desert Strike. 4 gewinnt. Eptox. GZ an dich. So. Das waren die 4 Preise, bzw. die 4 Gewinner von heute. Glückwunsch an euch 4. Ja, also was ich noch erwähnen wollte ist... Wir hatten jetzt sozusagen eine Streak von Community Preisen. Jetzt kamen die letzten 7 Tage. War immer ein Community Preis dabei. Und für den Montag habe ich auch wieder Community Preise. Nur für morgen halt eben nicht. Und ich dachte mir ja, ich will die Streak nicht unterbrechen, bzw. ich will nicht, dass sie aufhört. Darum wollte ich halt auch mal fragen, ob da von euch noch einer dabei ist, der was den morgigen Tag noch füllen will. Also diese Lücke. Und da vielleicht auch eine Kleinigkeit für den CSGO Adventskalender reinhoffen will. Dass ich das halt morgen raushau. Damit halt die Streak nicht abbricht. So. Ja, über einen Like würde ich mich... Also, beziehungsweise über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Abonniert mich, wer mich noch nicht abonniert hat. Und... Ja, ich habe gerade komplett einen Brain of K-Ink. Das war noch, was ich sagen wollte. Ja, mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Ja, aber es kann dann halt nicht so wichtig gewesen sein. Sonst würde es mir halt noch einfallen. Wenn nicht, sage ich es halt... Oder erwähne ich es morgen im Video. Sonst war es das dann auch wieder für heute. Ciao und bis morgen. Euer Alex. Euer Alex.